Wenn du meinem Sohn auch nur ein Haar krümmst, töte ich dich. Willst du deinen Sohn? Dann hol ihn ab. Wenn Job kapiert, dass wir seinen Sohn haben, sucht er nach ihm. Wir werden sein Sprössling als Köder benutzen. Dann kommt er direkt zu uns. Ja, bestimmt. Wie ich ihn kenne, gibt er nicht einfach so auf. Dafür wird er bezahlen. Monsieur, Polizei, Sie haben einen Plattenreif. Ach ja? Sehen Sie nach. Kleiner Irrtum war der andere Wagen.